Heinz Bauer Manufakt ist ein Familienbetrieb. Meine Eltern haben 1960 dieses Unternehmen gegründet. Schon von Kind auf mit Mercedes sozusagen aufgewachsen. Da geht natürlich gleich das Kopfkino los. Erinnerungen natürlich an meinen ersten Sportwagen von Mercedes. Die erste Jacke, die ich damals gemacht habe, die erste original Cabrio Jacke, war auch, weil ich natürlich Fan von der Marke und von dem Autor war und bin, haben wir eine Tasche verarbeitet hier so im Brustbereich und diese Tasche wurde dem Kühlergrill des SLKs nachempfunden. Die Idee, Dinge perfekt zu machen, dass sich das in dem Fall auch von der DNA bei der Unternehmen ergänzt. Bei der AMG Jacke ist ein wunderbares Material gewählt worden. Wir haben Design-Elemente, die sind schön geschwungen, die haben so eine gewisse Dynamik und Speed. Anders als bei der AMG Jacke haben wir bei der Mercedes-Benz Classic Jacke ein anderes Material verwendet, das ein bisschen mehr Heritage zeigt. Diese Cap, die wir für Mercedes-Benz Classic gemacht haben, ist sehr anspruchsvoll. Wir haben die Cap in der Weise umgesetzt, dass wir uns an Design-Elemente der Jacke angelehnt haben und das ergänzt sich so sehr gut in der Kollektion. Wir haben einen Lederhandschuh entwickelt, der genauso wie die Cap Design-Elemente der Jacke trägt, zeigt auch die Klasse von Heinz Bauer Manufakt und Mercedes-Benz Classic entsprechend. Ich bin sehr dankbar, eine ganz tolle Mitarbeiterschaft zu haben. Da ist jeder Einzelne eigentlich wirklich, trägt dieses Unternehmen mit und hat diesen Spirit verinnerlicht. Das erfüllt mich wirklich mit Stolz, dass meine Produkte dort Ausdruck dieser großen Historie sein dürfen, ist für mich eine Erfüllung.